Bevor Sie dieses Video ansehen, gefällt es dir bitte, teile es mit deinen Freunden und deiner Familie und abonniere den Kanal. Dialog 11. Bezahlen Wir möchten bitte bezahlen. Zusammen oder getrennt? Getrennt bitte. Und was bezahlen Sie? Den Gemüsesuppe, den Bratwurst und den Wein. Das macht 12,50 Euro. 14, bitte. Vielen Dank. Und ich bezahle den Schweinebraten und den Apfelsaft. Das macht 15 Euro. 16 Euro. Stimmt so. Dankeschön. Lass uns üben. Lesen Sie seinen Text. Wir möchten bitte bezahlen. Getrennt bitte. Und ich bezahle den Schweinebraten und den Apfelsaft. 16 Euro. Stimmt so. Lesen Sie Ihren Text. Zusammen oder getrennt? Und was bezahlen Sie? Das macht 12,50 Euro. Vielen Dank. Das macht 15,50 Euro. Dankeschön. Es war ein langer Tag, Inhalte für den Kanal zu produzieren. Möchten Sie mir einen Kaffee für nur 1 Euro kaufen? Besuchen Sie den Link unten. Achtung. Diese Videos ersetzen keine Klasse mit einem echten Lehrer. Sind Sie gerecht zusätzliche Übungsmaterialien? werden Sie mir einen Videohone kitaf Wheels werden. Bitte bin damit.